Hallo meine lieben Freunde, was geht? Wir kommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß. Oh. In den Arsch! Einfach in den Arsch geschossen. Bitte! Holy Moly! Easy! Easy! Get over here! Hurry! Ma'am, you saved our asses! Get inside! Behind the RV! Help! Oh shit! Oh shit! Easy! 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 Get in the RV! Screw her! Let her stay! Nein! Shit! Easy! 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 Man, Lilly! Last chance! Get down here! Okay, siehst du noch da. Alles klar! Oh shit! Was working with them. Whoever it was was slipping them our meds. They didn't get their last package so they attacked. Calm down back there! That's nuts! Lee found a bag of supplies hidden outside the wall. It's true. So. Carly. Is there something you want to say? Please. We have to get it out of you then. Back off. You are in no position to make demands. Whoa, whoa, whoa. You're just pointing fingers. I didn't just come up with this. I've had my suspicions. Carly's trustworthy. She's not a traitor, Lilly. Thank you, Lee. She can fight her own battles. Unless there's something going on here that implicates you both. Don't be ridiculous. Come on. Like, look. Maybe we should vote or something like that. Vote? What? Just look. Carly's a stand-up gal and maybe this was all just a mistake. We need to look at the facts. Let's calm down. We'll eat and we'll deal with it. Guys. We have to act now. I know it sounds nuts, but we have a traitor here. Do you guys get that? Someone who puts their insidious shit above everyone else. Thank you, Lee. Nobody was stealing anything. Was it both of you? What? I've seen you two together. Was it both of you? Look, just let me out. I didn't do it, but I don't like this. I don't like where it's headed. Look me in the eyes and tell me you didn't have anything to do with it. Lilly, lay off of him. I... Shit. What's going on up there? I hit something. Yummy. All right. Well, we can deal with this now then. Kenny, is it safe? Should be. Everybody out. Lilly. Out. Okay. Honey. The RV has some surface damage, but there's a walker trapped underneath. Oh. 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 God damn it. Everyone keep your eyes open. Ach man. Das jetzt aber doof. You know what? We shouldn't just kick you out. We should hear what everybody thinks. I think you should chill out. I'm not gonna take this. You can push Ben around, but you can't push me around. I'm really sorry you feel that way. I'm starting to think maybe it was both of you. No! There's no way it was Carly. It was somebody else. It could have even been someone sneaking into our camp. That's ridiculous. That's what you think? Yes. Fine then. Kenny? I don't know. Fuck. Just stop, would you? Well, your vote counts for you and Katja. We don't need all these votes. What do I have to do for you to trust me? I'll do anything. I'll do watches for months. Huh. The hell you will. I'll get more food. More medicine. Anything. Do you think any of that is good now? Just let me stay, please. God, please. He's broken, Lily. I can see that. Do we need any more evidence than this? Fuck evidence. Stop treating him like this. Shut up, Carly. I've heard enough out of you. Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. Ben? You have until that walker is dealt with to tell me it was her and not you. Stop this. You're torturing him. No. Ben, stop. This is about trust and I've never trusted you. I did it. What? Yeah, it was me. That gets you to lay off the kid? I think you're capable of being a real piece of shit. But I know it wasn't you. Not with her in your life. There. I got a piece. Let's just get back in the RV. That's not happening. You think you're some tough bitch, don't you? Like nothing can hurt you. You're just a scared little girl. Get the fuck over it. Take a page from Lee's book and try helping somebody for once. No. Now. What the fuck's the problem with- Drop it. Holy fuck. Kenny! What's happening? Keep duck away from the windows! Jesus Christ! Get in! We're leaving this crazy bitch! She couldn't be trusted, Lee. I swear. Please. What are we gonna do with her? Leave her for the walkers. Leave her for the walkers. Just get in. We'll figure out what to do with you. It's a bad idea, Lee. She's a murderer for shit's sake. I'm a murderer? You've had Lee with you this whole time. I don't care what he did before. If we keep you with us, how long until you get me? I was trying to protect all of us. I don't have anything left. Whatever. Just get in. Hold!!! Hold on. Hold on. Aber warum mal immer die Leute, die ich eigentlich am liebsten überleben lassen will. Alter. Was ist passiert? Ist Duck okay? Was ist passiert? Was passiert während der Krieg? Was ist der Plan? Wir haben noch nie einen Beizung in der Gruppe gehabt. Ich werde mich auf ihn und sehen, was ich kann. Was ist das? Wir haben noch nicht, was wir können, aus der Medikationskunden zu machen? Wir bleiben die gleiche Plan, wenn was etwas verändert wird. East. Leute... Was ist da noch alles? Wir denken ihr sollten, das? Es ist wichtig, dass wir uns zu wissen. Insofern, wenn ihr zu sagen, Clementine, wir würden sie haben. Wer ist Carly und jetzt das? Es gab keinen Zeitpunkt für eine Beobachtung. Walkers? Ja. Horrible. Ich vermiss meine Eltern. Ich bin auch. Ich weiß. Meine Mutter spielt die Tuba. Wirklich? Sie war eine wirklich kleine Frau. Es war verrückt. Eine Zeit, mein Bruder dachte ich, es wäre lustig, zu füllen eine Tuba mit einer Blumen auf April Fool's Day. Und das gleiche Tag, sie dachte, es wäre lustig, mich in der Schule zu spüren, mit mir zu spüren. Was ist passiert? Ja. Das ist lustig. Was? 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 Wir haben etwas hinterher. Alter. Ah, ich gerade Schiss, wisst ihr? Nee. Das wäre der schlimmste Stream, glaube ich. Erst Carly, dann Duck, dann noch Clementine oder wie. Holy... ... das jetzt vor allem weh. No. Ist es eine Art theinten, zu triangle? Das sieht nicht aus. Aufhören, vielleicht. Ich kann das wirklich nicht so machen. Das ist eine Sicherheit. All diese Brüche wird nichts auszupassen. Und ich möchte alle aus der R.V. außer ihr. Ich will nicht die Leute dort mit ihr. Warum nicht du und ich schauen? Ja, alle anderen relaxen. Klemm, bleiben Sie nah an Kinney und Kat, okay? Lee, wenn du etwas für dich trinken kannst, wenn du ein Auto gehst, oder so, ich denke, Duck ist ein bisschen entschuldigt. Es ist ein Freighter, Junge. Sei da drin. Was, du denkst, dass da etwas gefährliches in einem verabschieden Lokomotiv ist? Ich habe mich nicht verstanden. Erstmal alles angucken, ne? Gibt es hier was? Ne. Recht hat sie ja schon, ne? So ist nicht. Wie er walkt, Alter. Wie geil das aussieht. Alles klar. Erstmal mit allen sprechen. Erstmal mit allen sprechen. Ich mag das nicht. Sie ist wahrscheinlich in shock. Sie macht eine wunderschöne Sache. Sie macht eine wunderschöne Sache. Sie hat Clementine etwas zu dir gesagt, über Karlie oder Duck? Ich bin Angst, über sie. Nein. Das kleine Mädchen ist ein Puzzle. Ja, sie ist. Das kleine Mädchen. Gott, wo war es gestern? Ich weiß nicht. Du bist okay? Ich weiß, dass du sie liebst. Ich bin jetzt an der Zeit. Wir alle sind, nicht wahr? Sie hat ihn gebeten, Lie. Ich war da, Kat. Entschuldigung. 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 Ich weiß, ob etwas hier verändert. Sie hat ihn gebeten. Sie hat ihn gebeten? Ich habe eine dritte. Ich bin sicher, dass ich sie hier mit uns nicht möchte. Hey, Clem. Was sollst du mit Lilly machen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was wir können. Sie hat ihn gebeten. Sie hat ihn gebeten. Ja, das ist schrecklich. Alles klar. Leitür, Güterwagentür. Okay. Okay. Lass mich leider hoch. Oder habe ich hinten noch was? Oh. Ich glaube, Ben kann man vertrauen. Ich glaube, Ben ist es gut, dass Ben bei uns in der Gruppe ist. Er gefällt mir mittlerweile. Ich finde ihn schon ganz nice. Oh. 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 Mich listen. Oh. 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 Ich glaube nicht, dass dieser Mann zurückgekehrt ist. Nein. Das Licht ist schlafen. Mach es. Mach es? Warum nicht? Du bist wirklich ernsthaft? Hier, schau. Es ist nur die Bremse. Okay, ich gebe dir das. Der Mann funktioniert? Das sieht so aus. Ich werde verdammt. Wie geht es weiter? Ich weiß nicht. Das ist Mr. Amtrak hier. Keine Ahnung. Wir schauen uns an. Vielleicht geht es wo wir, wo wir wollen. Ben, wenn du einen Blick auf die Mädchen und ducken würdest, würde ich es empfehlen. Ich werde diese Kontrollen machen. Mann, das könnte genau sein, was wir brauchen. Eigentlich sind wir recht Zeit für drin, ne? Erstmal mit Kenny reden. Hey, kid. Was ist denn? Ich hoffe, es ist okay, dass ich Lily mit uns zu halten. Abandonen jemanden auf der Seite der Straße ist das gleiche als ein Mörder. Wir machen ein neues Blatt, oder? Ich mache nur was, was ich kann. Es ist gut für jetzt, aber wir müssen es mit uns zu beschäftigen. Du willst sprechen über Duck? Ich bin wirklich sorry, Kenny. Keine Ahnung. 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 Ich weiß nicht, dass ich nichts überraschere. Ich bin nicht überrascht, dass du nicht sein solltest. Gott, wir brauchen ein paar Hilfe, um diesen Trenn zu gehen. Die Leute nehmen die Noten, nicht wahr, wenn wir hier arbeiten? Wir sind smarte Leute, wir können es herausfinden. Ich werde es wieder zurück. Ich auch. Ich werde sie auch. Oh, Manu. Wir brauchen ein... Einen Stift. Wir müssen wahrscheinlich Clementine draußen fragen. Okay, dann gehen wir wieder raus. Ja, ich glaube, wir machen auch gleich mal eine Pause. Okay. Einfach alles angucken. Irgendwas drin? Ne, auch nicht. Ich glaube... Obwohl... Universal, Schraubenschlüssel, Bolzenentferner. Der Rosted-Shot-Button ist schön und schwer. Ja, gut. Ich wollte gerade gucken... Wenn ich das eine nehme, dann wird das andere weggelegt. Warum nimmst du nicht einfach alles mit? Gib einfach jedem eine Sache oder so. Nein. Das wäre zu einfach. Das wäre zu... Jetzt macht das sogar wieder zu. Alles klar. Wäre ja zu einfach. Oh, was sehe ich denn da? Oh, was sehe ich denn da? Oh, was sehe ich denn da? Ich schweige. Nichts. Ha. Okay. Juuuut. Äh, kannst du runtergehen? Danke. Okay. So, Leute. Wir machen jetzt aber eine kurze Pause. So, Leute. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet ihr den Part. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut rein.